Willkommen zurück zu einer neuen Wahnsinns-Folge Returnal. Freut mich, dass du da draußen wieder komplett absurd geisteskrank mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die teuflischen Menschen, die das letzte Video mit einer kleinen Bewertung unterstützt haben. Ja, die Sucht irgendwie geht weiter. Ich konnte mich noch nicht von dem Spiel hier trennen. Ist gerade sehr, sehr schlimm. Und wenn ihr die Sucht ein wenig unterstützen wollt, geht ganz schnell. Einfach nur eine kleine Bewertung da lassen. Ich freue mich natürlich wie immer sehr darüber. So. Da geht's rund. Au, der hat mich getroffen. Gibt's doch nicht. Ah, Mist. Nachladen versaut. Ja, wir sind hier wieder in der Wüste unterwegs. In der letzten Folge hatte ich ja diesen Zwischengegner schon bezwungen. Und dann bin ich leider in die Tiefe gestürzt. Ba-bam. Achtung. Da haben wir den einen geholt. Da holen wir den nächsten. Oh, der hat gar nichts mehr. Komm. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Gib ihm. Na also, geht doch. Also die Partikeleffekte finde ich schon irgendwie nice. Und die gefallen mir sehr gut. Muss ich zugeben. Und die Waffe hier gefällt mir auch ganz gut. Hat gegen diese ganzen kleinen fliegenden Wuselgegner eine sehr geile, sehr starke Waffe. Okay, da oben. Was war das für eine Waffe? War das wieder hier so ein Spuckenmaul? Was ich eh nicht spielen will. Was haben wir hier Schönes? Oh nein. Oh nein. Hat man denn hier nie seine Ruhe? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nimmt gefühlt kein Ende. So. Jetzt aber, oder? Ein bisschen Frieden. Eine kleine Heilung. Klar, nehme ich mit. Also man merkt aber trotzdem, dass jetzt hier der zweite Run in der Wüste, also die zweite Aufnahmesession, und man merkt trotzdem, man wird halt doch irgendwie besser. Also man hat trotz allem, auch wenn man hier immer wieder ganz vorne anfängt, hat man Progression drin. Es motiviert irgendwie. Na, hier wieder ein bisschen Harz gefunden. Na, komm. Ich riskiere es. Na, weiter hier ein wenig mein Lebensbalg. Okay, wo führst du mich hin? Ein riesiger Alien-Tempel. Äther. Lange kein Äther mehr gefunden. Auch mal schön, dass wir hier wieder ein kleines bisschen Äther mitnehmen dürfen. Und hier druhen, äh, hier druhen, hier drüben druhen. Über eine Falle. Geil. Ich wusste nicht, dass sowas geht. Au, 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 au. Oh, Mann. Ein Treffer, und wie du direkt wieder nach unten gewirtschaftet wirst. Haben wir hier noch eine Falle? Nee. Hier gibt's ein bisschen Money. Und hier auch 20. Ist nicht die Welt, aber hey. Besser als nix. Moment, aber hier ist noch eine Truhe. Irgendwo. Wo sollen die sein? Ah, hier unten. Gib mir die Truhe, mein Freund. Moment. Okay. Besser als meine. Komm ich hier hoch? Vielleicht von hier? Hier? Ja, das geht. Äther. So, und was war das hier für eine Waffe? Eine Pistole anscheinend. Modifiziert. Ja, nee. Ich bleib beim Bonusschaden. Okay, wo geht's hin? Alles klar. Wir müssen hier wieder komplett zurück. Moment, kann ich nicht einfach hier durch? Was geschieht, wenn ich einfach hier durchgehe? Dann geh doch auch. Guck, guck. Boah, schöner Schuss, ne? Das ist Saubande hier direkt eliminiert. Aber ich höre irgendwas Großes hier noch rumstöhnen. Oh, meins, 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 meins. Was ist das hier? Och nein, wieder so ein Riesenbaby. Oh. Oh, no. Oh, no, 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 no. Oh mein Gott. Die haben mir gegeben, du. Die haben mir gegeben. Wow. Da muss ich direkt hier meine Leckerlis verdudeln. Was ist das hier? Okay, jetzt kann ich wieder tragen. Kleine Heilung. Was haben wir hier Schönes? Verdorbenes Harz. Okay, das ist der Eingang. Jetzt habe ich es hier so getriggert. Die haben mir ordentlich auf die Schnauze gegeben. Warte mal, das will ich. Voll mies. Im Endeffekt, dass Harz jetzt hier so verdorben ist und alles. Okay, was ist das hier wieder für ein Raum? Dafür benötige ich einen Schlüssel. Ja, meinetwegen. Wenn ich sterbe, verliere ich ihn eh. Deswegen nimm ihn. Nimm meinen ollen Schlüssel. Was ist das hier? Irgendwas Neues. Ich scanne es. Okay. Mehr Damage. Waffenschaden pro Adrenalinpegel. Why not? Jetzt muss ich halt nochmal in diesen Tempel nochmal wahrscheinlich diesen Dude erledigen. Und dann sehen wir weiter. Oh Gott. Warum? Ist ja schrecklich. Ich muss gar nicht wohin. In der Mitte liegt ein Schlüssel. Ah, ich bleibe in der Mitte stehen. Uh. Raus hier. Raus hier. Was entsteht hier? Tentakuli. Ich meine groß und fliegend. Das wird ein Tentakelmann sein. Ja. Ist ein Tentakelmann. In der Tentakelarena. Okay. Willkommen. Oh, ich schieße daneben. Skill. Ultimativer Skill. Na, jetzt macht die so ein Abwehrschild. Oh, er hat kleine Freunde. Er hat kleine Freunde. Er hat viele kleine Freunde. Die aus allen Ecken kommen. Ist aber süß. Dankeschön. Okay, ich muss erst mal die kleinen wegholen. Ganz locker die kleinen pulverisieren. Adrenalin steigt. Ah. Du Sau. Oh, da hat er mich getroffen. Mist. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Oh, nee. Ich bleibe bei meinem Höllensucher. Er ist eigentlich ganz nett. Ist das hier wieder verdorbenes Harz? Warum muss das immer verdorben sein? Doppel verdorben? Ich meine, damit kann ich mein Leben erweitern. Aber ich kann mir halt auch damit unangenehm Schaden reindrücken. Okay, hier ist eine kleine Heilpackung. Moderat. Inne mene Miste. Es scheppert in der Kiste. Okay, dann kann ich auch noch das andere nehmen. YOLO. Au. War eine Falle. Aber Moderat gibt es schon ganz gut. Kann man Statuen zerstören? Dann leuchtet wieder irgendwas. Äh, nee. Das Reinigen lohnt sich einfach nicht. Moment. Habe ich einen Schlüssel? Ja. Ein neues Artefakt, was wir noch nicht kennen. Phantomgliedmaße. Okay. Das ist nicht schlecht. Kann ich mich ein bisschen mit heilen vielleicht? Hat sich gelohnt. Moment. Einen ist noch hier unten. Jo. Äh, nee. Ich bleib bei meinem Ding hier treu. Meim Schwami-Schwarm. Da oben wäre noch ein bisschen was. Die Frage ist nur, wie komme ich hin? Na gut, gehen wir hier lang. Bin ich schon wieder da? Okay, 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 okay. Easy, easy, easy. Oh, tschüss. Noch eins. Oh, ja, da hinten. Gern geschehen. Ah, ich weiß nicht. Ah, Mist. Ich hätte die Finger davon lassen sollen. Und noch hier was Verdorbenes. Nee. Jetzt geh ich erstmal hier in den Tempel rein. All right. Here we go again. So. Bist du das Böse? Anscheinend ja. Ja. Anscheinend, ja, ist hier wieder das pure Böse am Start. Oh mein Gott. Oh mein. Fucking Gott. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ganz gemütlich. Ganz gemütlich. Boah. Was ist das? Ein Sauger. Da bin ich runtergefallen in der letzten Folge. Hab ihn schon besiegt gehabt und dann begehe ich Harakiri. Ist eben mein Style. Kann man das Ding zerstören? Nö. Okay. 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 Was hab ich hier gefunden? Warum sie zu Erdrückten wurden? Göttliche Strafe für einen gescheiterten Aufstieg. Aufstieg. Das Wort hat meine Lippen kaum überquert. Da überkommt mich das Bild eines überweltlichen Wächters in der Tiefe. Ich habe Visionen des vor mir liegenden Weges. Sie führen mich hinab vom Olymp. Hinein in mich selbst. Ich allein. Bin würdig. Was ist mir zugestoßen? Das bist du. Ey, das ist echt ein wilder Trip. Oh, nicht cool, Mann. Nicht cool. Nicht cool. Habe ich den? Ich weiß es nicht. Oh. Ah. Alright, alright. Alright, alright, alright. Oko Dog ist schon mal down. So, wie viele Geschütze sind hier noch? Viele. Was haben wir hier? Oh mein Gott, die treffen mich. Die treffen mich. Die treffen mich. Okay, 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 okay. Cool, cool, cool. Warte, da kommt man ran. Da kommt man auf jeden Fall ran. Wenn man intelligent ist, was ich nicht bin. Ey, echt jetzt? Alte Butterkante hier. Heilung. Lecker, schmecker, köstliche, supergeile, pornoröse Heilung. Okay, da unten liegt noch Zeug. Die Frage ist nur, ist der Kram für mich zugänglich? Tentakelmonster. Moment. Nee, einen Spooky will ich nicht. Ich will keinen Spooky. Was ist das denn? Ah, hier wieder so ein Lock. Ich bin zuversichtlich, dass die Übertragung mit dem weißen Schatten nicht von den Entrückten stammt. Ihre gebrochene Natur wirkt keine Hinweise auf höhere Hirnfunktionen. Die anderen empfindungsfähigen an der Quelle hinter der Mauer leben wahrscheinlich noch. Aber werden sie mich ohne Kommunikationsmöglichkeit als Feind betrachten? Ich bin nicht zum Zerstören hier. Was habe ich denn hier gefunden? Einfach mal die Hand reinstecken. Passt irgendwie schon, oder? So. Achtung. Gut, 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 gut. So weit, so schlecht. Guten Morgen. Ihr lieben Geschütze aus der Hölle. Ja, lecko mio. Oh Gott, was entsteht denn da schon wieder für ein Ding? Riesen-Tentakelmann, bist du's? Oder wieder so ein, so ein... Oh, wieder einer von denen. Wieder so ein Entrückter. Der plötzlich hinter mir steht und mir einen mitgibt. Oh! What? Kriege ich hier noch was? Ah, Mist. Too slow. Alright. Was ist das hier? Bodendorn. Ich nehme es mal mit. Ja! Ja! Dich nehme ich. Boah, das Biom ist riesig. Vorsicht! Alright. Das Biom ist riesig. Okay, was bringt mir das hier? Um zwei Sekunden. Geilo. Schutz um zehn. Auch Geilo. Beides Geilo. Beides mitnehmen. Kann ja eh nix behalten. Auch die Sachen hier verlieren wir wieder. Und ja. Gib her. Einfach immer alles mitnehmen. Das anderes geht eh nicht. Moment, 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 Moment. Okay, hier ist nichts. Kann ich einfach runterspringen? Aber hier ist nur eine Kiste. Häpp. Und. Money. Au, das macht wirklich Damage. Uh. Okay. Entschuldigung. Weil ich bin letztens irgendwo richtig tief runtergesprungen und dachte, ja, ist easy. Das ist cool. Okay, warte mal. Hier ist ne, ähm, die Türen hier. Ich glaube, es sind Herausforderungsarenen. Ach, drauf geschissen. Wenn ich draufgehe, gehe ich drauf. Also jetzt. Also genau jetzt. Ah. Oh, kleiner Racker. Ah, zu früh. Here we go. Ey, ich werd echt besser. Ja, ich darf mich ja auch mal ein bisschen loben, oder? Äther. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein. Da ist noch so ein Big Django. Und das macht hier nur... Okay. Ey, Mr. Big Django. Nein, der war weg. Okay. Die sind echt strong. Oh, wow, 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 wow. Ausweichen. Wo ist er? Wo ist er? Hier drüben. Boah. Geil. Was ist das denn jetzt? Oh, no. Ihr wollt mich verarschen, oder? Jetzt kommen die Dinger hier noch. No way. Boom. Warte, das ist doch irgendwo Heilung. Das war nur Harz. Das ist Heilung. Das ist gar keine Heilung. Oh, mein Gott. Oh, mein. Ich wusste, dass ich hier drauf gehen werde. Ah, Gott. Ich wollt die Heilung. Und ich werd pulverisiert. Mann, jetzt bin ich wieder bei null. Der Tempel ist endlos. Ich mein, die Wüste ist ja mittlerweile easy. Aber dieser Drextempel ist ja endlos. Ich muss mich mehr anstrengen. Ja, ich muss mich definitiv mehr anstrengen. Boah, und ich hatte eigentlich ganz coole Sachen. Das Haus ist anders. Okay. Das hat sich verändert. Das hat sich krass verändert. Sieht ganz anders aus. War irgendjemand hier? Hi, Schätzchen. Ich komme nicht nach Hause. Okay, hab ich ne Tochter, oder? Tabletten? Ich sag ja, am Ende sind wir gar nicht auf irgendeiner Weltallmission, sondern liegen im Sterben oder sowas in die Richtung. Das könnte ich mir echt gut vorstellen. Okay, hier kann ich gar nicht mehr rein. Verwirrende Optik. Hier sieht man auch das Bild hier so ein bisschen deutlicher. Es sieht halt aus wie so ein Krebsgeschwür. Oh, die Tür ist offen. Was war denn das eben gerade für ein Buch? Regression. Regression. Oh Gott. Nachdem sie viel zu lange darüber lamentiert hatte, was im Ablehungsschreiben stand, draußen gerann der Nebel und formte eine Gestalt, noch so eine unwillkommene Ereignung. Hätte Tali den Mumm gehabt, ihrem Instinkt zu folgen und dem Unvermeidlichen zu entsagen, hätte sie es einfach mit dem Rest verbrannt. Das System braucht Chaos, sagte sie zu niemandem. Ihr Geständnis sollte Mut vortäuschen. Ein Verhalten, das sich in letzter Zeit öfters zeigte. Morgen würde sie es bestimmt bereuen, so ganz ohne Flasche mit Ambrosia und ohne ein Bett zum Verkriechen. Die Verdammnis trug ihren Namen auf der Zunge, sonst keinen, und sie war ihre Beine da willkommen. Jetzt, da die Umgebung stabiler war, schien der Zeitpunkt geeignet, die Gegend nach Realitätsblasen abzusuchen. Sie betrat das Atrium, rückte ihre Ausrüstung zurecht und scannte das Innere. Dritte Instanz. Keine Nicht-Realität reißt Materie oder Energie. Systeme Nummer... Nominal. Sie runzelte die Stirn. Die letzte feststehende Aussage war eine Lüge gewesen. Der Status stimmte schon seit Jahren nicht mehr. Aber wie auch immer, ob Hohn oder Hoffnung, immer noch besser als Komplikationen, die die Crew gerade noch von Entreten des Hirntods rekapillieren konnte. Mit ein wenig Glück würde sie diesen Tauchgang überleben. Die Nachbartür war gewaltsam geöffnet worden. Das allein war Beweis genug, dass sie trotz der drohenden Gefahr kurz vor dem Ziel stand. Sie überschritt die erste Schwelle. Ein Brabbelndrang aus dem schwarzen Monitor auf der anderen Seite des Raumes. Sie näherte sich und das Geräusch verwandelte sich in ein Wimmern, als läge sein Ursprung irgendwo tief unten. Gedanken schossen durch den Kopf. Es war der wogende Ichor. Ohne zu zögern stieß sie die Arme hinein. Das Nichts hatte Gefühle. Wie üblich spürte sie nicht, wie sich ihre Hände in der Leere bewegten. Nichts als eine Phantom-Erinnerung. Prüfend ausgestreckt, nur knapp das etwas verfehlen, das ein Titan war. Der hatte sich hier also versteckt. Wenn sie ihre Hand, doch nur noch einen einzigen Zoll, ein Echo. Der Gewalt erscholl in der Nähe. So als stürzte eine Guillotinebeil auf ein Klavier herab. Sie riss die Hände aus dem Ichor. Ihr Herz hämmerte ein Gefangener in ihrem Brustkorb. Das war knapper als letztes Mal. Unbeeindruckt und frustriert darüber, die Chance vergeben zu haben, einen wehrlosen Titan zu ergreifen, inspizierte sie den Ursprung des Geräusches. Die Luft vibrierte im Klangmuster eines Lieds, das sie hasste. Sehr effektvoll. Ihre Finger tanzten. Trotzig und um ihren Beobachtern zu beweisen, dass sie immer noch die Kontrolle hatte, rief sie sich das Lied absichtlich ins Gedächtnis. Arcaron. Es kam aus dem Atrium. Arcaron. Arcaron. Die Vergeltung verlangte nach ihr. Furchtbares Timing. Arcaron. Thali stürmte ins Atrium, um auf den Ruf zu reagieren und hörte nichts. Totes Rauschen und der Ton einer fehlgeschlagenen Verbindung. Ihre Ausrüstung zerstörte sich, wie sie von innen heraus. Doch dann stieg eine ähnliche Drohne aus dem E-Core gefühlten Monitor im anderen Raum auf. Sie lief zurück und beobachtete mit stinkend sinkender Erwartung. Doch da waren sie. Zwei wechselnde Bilder der lang ausgestorbenen Vergangenheit und der nicht existierenden Zukunft. Mit Zeitachsen kannte sie sich aus. Zeitachsen so schmerzhaft, dass sie nie aufhörten, ihren Verstand zu belasten, wenn er in friedvollen Schlaf sinken wollte, der ihr Nacht für Nacht verwehrte. War das der Preis der Necrophysik? Die flackernden Bilder hielten an. Der Astronaut starrte zurück. Als sie den Hintergrund erkannte, eilte Thali zum Flur, dem Verbindungsstück zwischen Atrium... Okay, das war's. Und? Und was? Ha. Ich sag dir, das sieht aus wie so ein bisschen auf dem Krankenbett, oder? Als würde jemand Depressives hier wohnen vielleicht. Startup. Okay, was läuft hier? Dead Kronos Wait Streaming? Verzögerung unserer... Unseren gegenwärtigen Anforderungen. Let me in. Astra hat einen Weg ge... Okay, Verzögerung unserer... B-b-ba-ba, lass mich rein. Was? Wie? Wo? Hä? What is going on? Woher kommen die Geräusche? Unten von der Eingangstür? Oh Mann, der Astronaut, ja? Astronautenmann? Er wartet immer noch. Ich bin der Meinung, höchstwahrscheinlich sind wir gar nicht. Auf irgendeinem Planeten oder einer Mission, in dem Sinne. Ich glaube, dass wir uns das alles irgendwie einbilden. Dass wir in unserem Bewusstsein oder sowas sind. Könnte ich mir echt gut vorstellen. Okay. Moment, muss ich jetzt hier weiterlesen? Nee. Tentenfisch. Ja, und ich meine, wie Octo sehen ja auch irgendwie alle Kreaturen hier aus. Noch so ein Würfel. Okay. Keine Ahnung, worum es genau geht. Alles noch sehr, sehr mysteriös. Der Laptop ist weg. Plötzlich nur noch ein Brief hier von Astra. Seneca. Okay, schauen wir mal rein. Astra Corporation, Hauptquartier Vereinigte Staaten von Amerika. Sehr geehrte Bewerberin. Bitte entschuldigen Sie die bedauerliche Verzögerung unserer Antwort. Aufgrund der überwältigenden Anzahl von Bewerbern befinden wir uns in einer unerwarteten und beispiellosen Notlage. Wir freuen uns über Ihr Interesse an der ausgeschriebenen Position, haben uns jedoch nach eingehender Prüfung Ihrer Unterlagen für andere Kandidaten entschieden, deren Hintergrund und Fähigkeiten unserer gegenwärtigen Anforderungen eher entsprechen. Zu diesem Zeitpunkt stufen wir Ihre Kenntnisse als nicht für Weltraummissionen geeignet ein. Sollten wir Stellenangebote haben, die besser zu Ihrem Fachgebiet passen, ermutigen wir Sie jedoch, sich erneut zu bewerben. Vielen Dank für Ihr Interesse und an unserem Programm. Mit freundlichen Grüßen, Astra Commando. Moment, das bedeutet... Ja, ich... Ich sag doch. Ich sag doch, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Wahnvorstellungen oder sowas. What? What? Okay, ich will... Ich will wissen, wie es weitergeht. Was ist das hier? Eine Schatulle? Eine Spieluhr. Persönlicher Gegenstand macht in der Nähe geheimer Orte ein Geräusch. Alright. Freunde. Vielleicht sehen wir uns ja wieder in einer weiteren Folge. Ich weiß nicht, das Spiel hat doch seinen Reiz. Muss ich ehrlich gestehen. Gut, bis zum nächsten Mal. Eventuell auf Wiedersehen und tschüss!